Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Gestern wurden neue Maps gelegt, heute sind die neuen Maps da. Für alle Leute mit dem Black Ops Pass zwei Stück oder zwei Multiplayer Maps und eine neue Zombie Map. Und wir springen in die DLC Pack Moshpit Playliste und testen die neuen Maps ein bisschen aus und schauen, was die so zu bieten haben. Dann schauen wir mal, was die Maps so für uns bereithält. Hoffentlich ein bisschen was. Wir erobern mal A mit. Möch, ich bin schon da, ich bin schon da. Und ich würde natürlich gerne einfach Profit bekommen und dann damit so ein bisschen abgehen. Über ein Elefanten und so ein Kram. Wo spielt die Map denn eigentlich? Hätte ich vielleicht mal nachschauen müssen. Würde mich jetzt gerade tatsächlich interessieren. Holy Shit. Hat eine geile Optik, das muss man sagen. Und ich dachte, wir bekommen eine Hochhaus-Map. Das ist auf jeden Fall keine Hochhaus-Map. Sieht auf jeden Fall um einiges besser aus als eine Hochhaus-Map. Oh. Ah. Okay. Ja, soviel dazu. Bam. Weg mit dir, mein Freund. Hey. Bleibt mir mal vom Leib, meine Lieben. Lass mich hier bitte mal ein bisschen kämpfen und Sachen einnehmen. Das wäre eine mega geile Sache. Ist das der zweite Spawn? Wo sind meine ganzen Debates? Ich warte hier einfach mal kurz in die Ecke. Ich glaube, hier kommt keiner mehr. Meine Leute spawnen da hinten irgendwo. Oh, nee. Oh, nee. Ja, ein grandioses Team. Dankeschön, Call of Duty für die Team-Aufteilung, für die Lobby-Aufteilung. Das macht immer richtig viel Spaß, wenn man in die Lobbys kommt, wo alle quitten. Und ach, eine Freude. Zum dritten Mal, dass ich Herrschaft auf dieser Map spiele. Soviel zum Moshpit. Warum steht Moshpit-Playlist da, wenn man immer das gleich spielt? Wer will B einnehmen und dabei für mich gekillt werden? Oder angehittet werden? Ah, da haben wir doch einen. Den wir auch wieder nur anhitten. Ich hätte in dem Spiel sehr viel an. Das muss ich einfach mal sagen. Da oben ist einer. Den wir auch anhitten. Oh, Gott sei Dank. Dankeschön, Spiel, dass ich mal den Kill machen darf. Ich bleibe jetzt hier aber noch ein bisschen im Fenster, ganz ehrlich. Solange die nicht hinter uns kommen, habe ich das Gefühl, dass ich hier am besten aufgehoben bin. Machen wir das Ding mal raus. Oh, warte mal. Jetzt sollte ich mit zu B. Jetzt sollte ich auf jeden Fall mit zu B. Oh, shit. Ich glaube, ich habe keinen Blünderer mit dabei. Das wird ein Problem. Oder könnte ein Problem werden. Soll ich die mitnehmen? Hey, mach mich nicht von der Seite an. Hier steht noch irgendwo einer. Nice. Ich denke halt, die kommen weiter von da unten. Ich glaube, da schleichen wir uns mal weiter hin. Und zwar am besten so, dass ich nicht in irgendeine Scheißfalle reinrenne. Das ist mir am besten gefallen. Und vor allem nicht aus Versehen schießen und allen verraten, wo ich gerade bin. Ich glaube, der da unten hat mich auf jeden Fall gesehen. Da ist doch einer. Na komm, komm doch mal zurück. Oder komm du zu mir. Nein. Okay. Okay. Oh. Ja. Okay. Wir kommen auf jeden Fall von da unten irgendwo. Oder kamen von da unten. Oh, hier kamen wir ganz außen rum. Umlaufen, mein Freund. Umlaufen. Ne, hoch rein. Dann wird es mal Zeit für den Tempest, würde ich sagen. Wobei ich hier gerne noch mit rein will. Einmal für die Extrapunkte. So, Leute. Kommt in meinen Tempest. Bitte kommt in meinen Tempest. Und danke, dass du auch mit rein bist. Nice. Da haben wir den Helikopter. Äh, ja. Ich hätte ihn gerade... Oh. Oh. Ich hätte ihn gerade fast reingerufen. Aber wir haben es gerade so nicht gemacht. Wir sollten vielleicht erst mal abwarten, bis die nächste Runde startet. Und da ist die Halbzeit. Mit einem Win. Let's go. Kommt. Rein damit. Rein damit. Man, warum muss ich warten? Rein damit. Sag ich doch. Und das Ding nehmen wir auch mal. Oh, komm. Ah, okay. Wenigstens zwei. Oh, ne. Ne, ne. Okay. Ich dachte irgendwie, der hat die Granate noch rausgehauen. So, komm. Abwürfe. Gib mir was Schönes. Please. Aber hier oben sind sie. Hier oben sind sie. Nein. Oh, auf wie viel. Das war so eine knappe Kiste. Auf zwölf. Wieso habe ich so viel Pech? Aber meine Streaks gehen weiter rein. Das ist doch auch eine nette Sache. Schnappekiste. Oh. Gerade so irgendwie gesehen. Zwischen den ganzen Kisten. Und mit Kisten meine ich Steine. Oder Felsen. Felsen ist, glaube ich, der richtige Begriff. Irgendwie ist gerade kein Platz für meinen Helikopter. Das finde ich sehr schade. Puh. Teammates. Danke. Wer hat denn jetzt eigentlich was in der Luft von meinen Leuten? Kann ich bitte mal mein Kram reinrufen? Das wäre irgendwie sehr nett. Oh. Von der Seite. Nein, 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 nein. Komm schon. Komm schon. Nein. Ja, schon wieder. Es ist immer der gleiche, der mich killt. Auf 25. Diesmal hat er wenigstens ein bisschen bei dem gehabt. Na komm. Lass mal bitte die Streaks in der... Ne, wobei. Hol sie mal runter, die Streaks. Ich würde gerne meine reinrufen. Kann man da drauf? Kann ich da... Okay, ne. Ich dachte kurz, okay, nice. Kann ich mit diesem Teil bitte durch die Gegend klettern? Das wäre ja mal so cool gewesen. Hätte ich gefeiert. Hätte ich auf jeden Fall gefeiert. Let's go. Endlich mal den Win. Die Lobbys waren zäh am Anfang. Holy shit, okay. Das sieht schon auch ziemlich nice aus. Die Map, glaube ich, gefällt mir besser als die andere. Ist irgendwie, ja, mal was anderes mit diesen ganzen Bäumen. Bin ich mal gespannt, ob ich hier irgendwie zurechtkomme. TDM diesmal. Das ist vielleicht ganz gut für mich. Dann... Oh. Komm. Ah, den hinten auch. Nein. Es fängt wieder an. Ich hielt mir wieder die Leute nur an. Ich hasse es so sehr. Hier unten kommt irgendwo einer. Schauen wir mal, ob wir den bekommen. Wurde da nicht gerade noch irgendwas angezeigt? Mein Freund, wo bist du? Da bist du doch. Da bist du doch. Okay. Ein bisschen links daneben, ein bisschen rechts daneben. Alter, das ist ja eine Riesen-Map. Die ist ja riesig, fällt mir gerade auf. Also die wirkt jetzt gerade auf jeden Fall riesig, weil man echt weit nach unten kann. Weil man kann man hier runter? Man kann sogar bis hier runter. Holy. Okay. Ja. Okay. Das ist meine Riesen-Map. Weiß ich nicht, ob das die beste TDM-Map dann ist. Hier war noch einer. Danke, Teammate. Hier wird irgendwo einer angezeigt, den ich nicht sehe. Und ich glaube eher, dass die von hier hinten noch weiterkommen, oder? Ist das hier noch Spawn? Nee. Das ist kein Spawn mehr. Wir müssen auch mal in so ein Haus schauen. Er ist schon irgendwie ganz geil designt, das Ding. Ah! Erst den, erst den. Und dann schauen wir hier mal hoch. Guter Camper-Spot vielleicht. Müssen wir mal gucken, ob man hier gut campen kann. Ja, wenn sich die Gegner nicht bewegen, dann kann man das auf jeden Fall sehr gut machen. Das Campen. Und wenn sich die Gegner bewegen, dann ist mein Aim zu schlecht. Nice. Hauen wir das Ding raus. Oh, der kommt hier, der kommt hier. Nein. Okay, wir müssen kurz runter. Weil, äh, ja. Den will ich mir nicht entgehen lassen, den Kill. Das muss auf jeden Fall passieren. So, dann hauen wir hier mal unsere Vorräte raus. Ich bete einfach, dass wir da was Schönes bekommen. Das war gerade blöd eingesetzt. Irgendwie dachte ich für einen Moment, dass bestimmt die ganzen Gegner zu mir kommen und meine Vorräte wollen. Aber, ja, das ist auf jeden Fall nicht passiert. Okay, Blitzschlag nehmen wir mit. Und dann rennen wir mit dem Sturm rein. Und ich schaue, dass ich wenigstens noch einen Kill damit machen kann. Da ist der Erste. Hier war noch einer. Da ist der Zweite. Wer will in meine Streaks? Wo kommen sie her? Da ist kein Dritter. Also, ich habe das Gefühl, dass man auf der Map die Gegner auf jeden Fall mehr umlaufen kann, als auf der anderen. Das heißt, die Map könnte vielleicht auf Dauer dann doch nicht ganz so cool sein. Aber, ja, das sind alles erste Eindrücke. Ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Bei den ersten paar Runden weiß man einfach noch nicht, ob eine Map gut ist oder nicht. Da muss man dann doch schon ein bisschen mehr drauf spielen. Das heißt, so in den nächsten Tagen wird sich dann zeigen, welche Maps gut sind und welche nicht so gut sind. Ähm, kommst du mal mit? Und die Drohne macht wieder, was sie will. Ja, okay. Diese Drohne, das ist so blöd. Die funktioniert einfach nicht richtig. Die Meld, ich rette dich! Dankeschön. Wo, 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 wo? Oh, beim Nachladen! Nein, nein, nein. Jetzt hat es gerade ein bisschen geleckt. Oh, ich glaube, das ist ein Titan-Spieler, den wir gerade beim Nachladen erwischt haben. Leute, wir können nochmal damit los. Komm, diesmal vielleicht ein bisschen mehr. Oh, shit, 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 shit. Kommt der hier? Ja. Bruder, du kannst dich heilen, ne? Das weißt du schon. Nein! Bleib doch hier. Nein, was? Was? Erledigt. Der war einfach tausend Jahre geblendet von der Nine-Pack-Granate. Wie gemein war das gerade? Ich hatte ewig Zeit zum Nachladen. Fazit zu den beiden Maps. Die erste Map, die wir gespielt haben, Evelation, gefällt mir ziemlich gut. Ich habe das Gefühl, dass die eine gute Größe hat. Man findet auf jeden Fall Gegner. Es gab einen guten Map-Flow und optisch war sie verdammt gut. Malagaskar war optisch auch verdammt gut. Aber ich glaube, die ist mir ein bisschen zu groß und zu verwinkelt. Und ja, die Runden, die ich jetzt gespielt habe, waren nicht perfekt. Aber das ist natürlich nur so ein erster Eindruck. Und ihr könnt mir gerne eure ersten Eindrücke in die Kommentare schreiben, falls ihr die beiden Maps schon gespielt habt. Würde mich interessieren. Ansonsten machst du es mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Für weitere Call of Duty-Videos lasst natürlich gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Zum neuen Spezialisten. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.